Serie Oxyl ist ein total geniales Produkt für mehr Haardichte und Haarfülle. Was mir am besten gefällt, ist, dass es eben Produkte gibt, extra für die Kopfhaut, die das Haarwachstum anregen und Produkte extra für die Haarlängen, die die Haardichte erhöhen. Bei der Serie Oxyl Beratung ist es entscheidend herauszufinden, was mangelt der Kundin. Sind das die brüchigen Längen und Spitzen, sind das die dünner wirkenden Haare, das einzelne Haar an sich was dünner wird oder ist es das fehlende Volumen. Wenn ich das alles entschieden habe und mit der Kundin besprochen habe, kann ich die perfekte Pflegeserie für sie zusammenstellen und direkt mit der Friseur exklusiven Anwendungen beginnen. Die salonaktive Behandlung wird scheitelweise aufgetragen, mit dem Massagetool einmassiert und danach wieder ausgespült. Danach wird mit dem kopfhautspezifischen Shampoo gewaschen, dieses auch wieder ausspülen. Dann wird der Conditioner aufgetragen, den machen wir auf die Längen und Spitzen, der wird kurz einmassiert und wieder ausgespült. Danach kann man entweder das Aquamus auftragen, dieses bleibt im Haar, oder man wendet den Zicker her an, der kommt nur in die Längen und Spitzen, dieser bleibt auch im Haar. Das Tolle ist, dass für die Kundin jetzt speziell für zu Hause ein Pflegekit zusammengestellt wurde. Diese nennt sich Serie Oxyl Fuller Hair. Dies gibt es einmal für koloriertes Haar und für normales Haar, was beinhaltet ein Shampoo, einen Conditioner und ein Aquamus. Zusätzlich gibt es noch zwei Serien für zu Hause. Einmal das Denser Hair Serum für die Nacht, versorgt die Kopfhaut mit Nährstoffen und sorgt dafür für ein kräftigeres Haar. Und das Ticker Hair Serum für die Längen und Spitzen, welches für Volumenkräftigung sorgt. Das Tolle an Serie Oxyl ist, dass wir dort viele verschiedene Produkte zur Auswahl haben, um jedes Haarproblem vom dünner werdenden Haar abzugleichen und somit individuell auf jede Kundin ein Pflegeprogramm zusammenstellen können. Wir haben Serie Oxyl vier Wochen lang bei unserem Salon getestet. Circa acht bis zwölf Kunden haben wir es angewendet. Die waren alle mega begeistert. Wir hatten Herren und Damen dabei. Also bei den Damen war es wirklich so, dass sie sofort gesagt haben, der Hammer, wenn man hinterher reingreift nach dem Föhnen, wie viel Haarmenge auf einmal da ist. Bei den Haaren natürlich, weil die gesagt haben, klar, das sieht viel dichter aus. Die Kundinnen, die eben jede Woche kommen zum Föhnen, die haben gesagt, das ist ja super, super genial, dass die Fisur viel länger gehalten hat, was natürlich total toll ist. Also ich meine, das bindet einfach noch die Kundin nochmal viel mehr an den Salon. Also ich kann nur von super begeisterten Kunden berichten und ich bin selber mega davon überzeugt. bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.